Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode ECA Review News. Heute geht es um den Umweltbonus in Frankreich. Jetzt magst du vielleicht sagen, was soll ich mit dem Umweltbonus in Frankreich? Ja, dort ist ein interessantes Modell, wie man mit dem Verbrennerfahrer den Umweltbonus finanziert. Und in Deutschland war ja das Thema, Geld ist weg, nichts mehr da, wir müssen den Umweltbonus streichen. Frankreich zeigt aber, dass man das auch auf einen anderen Weg regeln kann, ohne dass man jetzt an alle Taschen der Verbrennerfahrer rangeht. Wir schauen uns das heute, wie gesagt, einmal an. Wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Wir stehen ja kurz vor den 10.000 Abos und da würde ich mich über deine Unterstützung sehr freuen. Ja, das Wachstum der Elektromobilität in Frankreich sieht so aus, wie ja auch in anderen großen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien oder Deutschland. Natürlich immer mit den entsprechenden Zahlen für das lokale Land. Und hier liegen wir in 2022 bei 203.000 Fahrzeugen. Wenn wir uns die Zahlen über das gesamte Jahr 2023 anschauen, die hier noch nicht final in der Statistik drin sind, ist davon auszugehen, dass es auch nochmal ein richtig dicker Rekord wird. Aber große Marken wie Tesla zum Beispiel profitieren in Frankreich nicht allzu sehr vom Umweltbonus. Das hat auch unter anderem mit dem Tesla Model 3 und der Produktion in China zu tun. Was aber Frankreich anders macht, ist, dass sie den Umweltbonus durch die Verbrennerfahrer finanzieren lassen. Also man geht jetzt nicht in den Haushalt rein, sondern man sagt sich, hey, wir holen uns das Geld von denjenigen, die dann doch irgendwie noch meinen, sie müssten einen wirklichen hohen Verbrauch bei einem Verbrennerfahrzeug haben, die unbedingt ein teures Verbrennerfahrzeug kaufen möchten. Da holen wir uns das Geld her. Und zwar geht es darum, dass entsprechend WLTP-Verbrauch von mehr als 194 Gramm CO2 pro Kilometer dazu führen können, dass du entsprechend eine Strafsteuer von bis zu 60.000 Euro bezahlen musst. Und es geht auch unter anderem darum, dass ein Normverbrauch von mehr als 8,2 Liter Benzin oder 7,3 Liter Diesel in den Papieren stehen muss, damit man entsprechend dann hier zu einer Strafsteuer gezwungen wird. Wenn man im Unterteil des Textes hier von Elektroauto News, die hier diese Nachrichten auch aus Frankreich übersetzt haben, sich das mal genau anschaut, dann bedeutet das, bei 118 Gramm hat man 50 Euro und auf den Kaufpreis drauf. Und bei 141 Gramm wiederum liegt man schon fast vierstellig eben halt bei 10.000 Euro. Und dann geht es eben halt immer weiter staffelungsmäßig nach oben. Das bedeutet jetzt, dass zum Beispiel BMW mit all seinen M-Modellen oder fast alle RS-Modelle von Audi oder die AMGs von Mercedes dann eben halt genau in diese Kategorie reinfallen. Das sind jetzt natürlich nicht die Massenfahrzeuge. Das ist nicht, was der normale Otto-Normalverbraucher sich jetzt leistet. Aber es wird eben halt jetzt eigentlich unbezahlbar. Und es würde mehr noch Leute geben, die sich solch ein Auto kaufen und somit dann den Umweltbonus finanzieren. Es ist so, dass es ab dem 1. Januar 2024 eben halt in Frankreich nach Einkommen gerichtet 7.000 Euro Maximum geben kann. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr interessant finde. Es ist sehr sozialverträglich. Also die Leute, die weniger Geld verdienen, bekommen auch entsprechend einen höheren Bonus. Und wir reden ja immer darüber, ich kann mir ein Elektroauto nicht leisten. Also würde man hier die Lohnabrechnung vorlegen als Ehepaar oder entsprechend als Single. Und man würde dann entsprechend da reinfallen. Außerdem gibt es noch ein Sozialleasing. Ja, du hast richtig gehört, ein Sozialleasing für Leute ab 54 Euro im Monat. Und das ist auch nicht uninteressant. Das Angebot richtet sich an Haushälte, deren Referenzeinkommen weniger als 15.400 Euro pro Jahr betrifft. Und man darf außerdem nicht mindestens, oder man muss außerdem mindestens 15 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnen. Oder beruflich pro Jahr mehr als 8.000 Kilometer zurücklegen. Also da hat man sich was richtig, richtig Smartes ausgedacht. Für Leute, die entsprechend nicht so viel Geld verdienen. Und 15.400 Euro ist wirklich nicht viel Geld. Und wenn man dann eben halt hier ein sogenanntes Sozialleasing bekommt, dann geht man genau in diese Bevölkerungsschichten rein, die ja immer sagen, hey, also ein Traum von einem Elektroauto, sowas werde ich mir nie leisten können. Und mit solch einem Leasing, finanziert natürlich wieder durch den Staat dann und durch die Abgaben derer, die als Verbrennerfahrzeuge die Strafsteuer bezahlen, ist das entsprechend dann möglich. Ja, also das ist so ein Thema. Und das weitere Thema ist natürlich, dass man die lokale Produktion, die europäische Produktion entsprechend stärken möchte. Da gab es ja vor einigen Monaten auch mal Berichte zu. Und es ist so, dass der MG4 zum Beispiel, auch der Dacia, auch das Tesla Model 3 bekommen alle keine Förderung. Also das ist so, dass man sagt, hey, die werden in China produziert. Das wollen wir nicht. Wir fördern nur Fahrzeuge, die auch in Europa produziert werden. Das heißt, für Tesla zum Beispiel bedeutet es nur das Tesla Model Y. Wenn man jetzt also ein Auto sich holen möchte in Frankreich, welches aus China kommt, dann bekommt man die Förderung nicht. Lass mal gerne ein Feedback da, was du zu dem ganzen Thema denkst. Ich glaube, das wäre sicherlich auch mal nicht so eine schlechte Idee gewesen, wenn man das so in Deutschland aufgebaut hätte. Derzeit glaube ich nicht, dass das politisch möglich ist, dass man über so etwas nochmal diskutieren wird. Und gleichzeitig haben BMW und Audi, wo wir ja gerade auch über diese Marken gesprochen hatten in Frankreich, haben in ihrem Verbrennermarkt und auch Elektroautomarkt zusammengefasst, jetzt endlich mal nach Jahren wieder ein Wachstum in Amerika hingelegt. Was sicherlich auch erfreulich ist, vor allem für Audi, die wirklich stark gebeutelt sind. Da hatte ich ja mal ein Video auch zu gemacht. Also das ist wirklich das Sorgenkind von VW, weil Audi einfach auch nichts Neues rausbringt. Also man hat das Gefühl, es ist ein Unternehmen, bei dem sich einfach seit Jahren nichts geändert hat, nichts Großes, Innovatives passiert ist. Man hat zwar ein Elektroauto und man baut auch zukünftig an weiteren Elektroautos, aber es ist eben halt wirklich innovativ gesehen nicht viel passiert. Und die 362.000 Fahrzeuge in 2023 sind da mit einem Absatzplus von 9% in den USA doch schon mal ein erfreuliches Ergebnis. Ja, wir sehen hier auch noch mal, die Tochter Audi hat im vierten Quartal die Verkäufe eben halt auf die 60.000 Fahrzeuge gesteigert. Drei Jahre hat Audi inzwischen übrigens keine neuen Modelle gebracht. Und das ist genau das, was ich gerade eben halt erwähnte. Also drei Jahre für solch einen Konzern keine neuen Modelle, das ist wirklich ein Problemfall für VW. Und da wird man sicherlich jetzt hier mit dem neuen Chef Gernot Döllner versuchen, das Ruder umzuwerfen. Ich erinnere auch noch an diese glorreichen Zeiten in China, als ja im Prinzip Audi das Aushängeschild war, als der Markt und auch die Wirtschaft in China gewachsen ist. Man hat gefühlt, hat jeder, der irgendwie einen Rang und Namen hat, versucht, in China ein Audi zu kaufen. Und ja, also gefühlt 20 Jahre später ist das eben halt nicht mehr der Fall. Es wird also spannend sein, wie sich diese Automarke weiterentwickeln wird. Und auch in Bezug auf Frankreich zum Beispiel sieht man jetzt, das ist ja nur ein Beispiel, wie ein Verbrennerfahrzeug auch teurer werden kann. Und da ist auch wieder der Punkt, egal was wir in Deutschland machen, wenn es andere Länder machen, beeinflusst es auch die deutschen Autobauer. Ich freue mich auf ein weiteres Video mit dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann und tschüss.